In unseren Generationen gibt es ja auch ein großes Drogenproblem und viele versuchen in dieses Feld einzutauchen mit Mitteln, die sie einnehmen und ich habe viele kennengelernt, die auch verloren gegangen sind auf diesem Weg, die einfach dann das anders nicht mehr geschafft haben und zu viel in diese Richtung gegangen sind. Das heißt, so eine Festigkeit, man sagt ja auch mit dem Bein auf dem Boden stehen, so eine Stabilität im Leben, wie siehst du diesen Punkt, wie wichtig erachtest du das, das auch erstmal aufzubauen, bevor man sich irgendwo so hineingibt und so grob ist das keine direkte Frage, vielleicht magst du einfach drauf eingehen. Also ich denke, es geht miteinander einher. Es geht grundsätzlich in der Bewusstwerdung im persönlichen Prozess darum, dass wir harmonisch mit uns sind, dass wir in einer inneren Ausrichtung sind. Also so, als ob wir mit uns verbunden sind, als ob wir geistig auch hier sind und dadurch berühren wir auch die Erde. Dadurch sind wir quasi, stehen wir im Leben. Es gibt Anteile in uns, die flüchten wollen, die, weil sie irgendwann Stress erfahren haben in der Kindheit, in früheren Leben, meinen, sie müssen dieses Leben, diesen Körper verlassen. Sie müssen hier weg, es tut zu sehr weh. Und diese Anteile sind aber unbewusst. Das heißt, die ziehen uns immer wieder weg von dem Leben, wo wir in Wahrheit sind. Und weil wir damit nicht umgehen können und uns keiner gezeigt hat, was der Grund dafür ist und was wir machen können, dann flüchten wir uns in Ablenkung. Und es gibt die einfachen Ablenkungen, Kaffee, Kuchen, YouTube und es gibt die etwas heftigeren mit Rauchen und Alkohol und dann kommen Drogen und dann kommen noch andere Sachen, dann kommen andere Kicks dazu, um mich von etwas abzulenken, um mich zu fühlen. Und wenn ich aber beginne zu schauen, wer in mir ist eigentlich traurig, wer in mir ist einsam und merke, dass ich mich, obwohl ich ein junger Mann, eine junge Frau oder erwachsen bin oder schon 50, voll dachte, im Leben zu stehen, dann aber ehrlich bin und mich frage, gibt es Anteile in mir, die traurig sind, dann merke ich, ja, gibt es. Und wenn ich die heile und löse und dafür gibt es unterschiedliche Wege, ich mache es mit dem Bewusstseinsfeld, dann komme ich an in meinem Leben. Also es geht ineinander über. Ich schaue mir Themen an, ich löse sie, ich heile meine Schmerzen. Dadurch komme ich natürlicherweise hier an, denn das ist unsere Ausrichtung. Unsere Ausrichtung, das, was wir wirklich sind, ist da zu sein, präsent zu sein, wach zu sein, bewusst, liebevoll und wir haben es begrenzt durch Sachen, die wir erlebt haben, durch Dinge aus der Kindheit, Situationen aus früheren Leben, wo wir Schmerzen erfahren haben und uns dadurch von uns abgegrenzt haben oder gesagt haben, das möchte ich nicht mehr fühlen, das Fühlen grenze ich aus oder hier hat mich jemand verletzt, da bin ich doch lieber einsam. Heile ich diese Sachen, komme ich in meinen natürlichen Zustand zurück, zumindestens mehr als vorher, dann bin ich natürlich hier und bei mir war das so, ich habe einen intensiven Weg hinter mir, ich habe auch intensiv an mir gearbeitet, ich war fast jeden Tag im Feld drin, habe geschaut, habe gefragt, was ist mein nächster Entwicklungsschritt, welche Themen gibt es zu heilen, wie kann ich sie jetzt heilen, was muss ich tun dafür und ich würde mal sagen, ich hatte einige, auch sehr tiefe Reisen, weil es auch wichtig war, um auch ein guter Begleiter zu sein, ein guter Therapeut sein zu können, nach vier, fünf Jahren ungefähr, habe ich mich auf einem Plateau gefühlt, wo ich die Wahrnehmung hatte, wow, hier fließt es, hier bin ich sicher, hier stehe ich wirklich, es geschehen immer noch Sachen, es rüttelt mal, aber ich bin wirklich safe. Sehr schön, also es ist auf jeden Fall eine Zeit lang, es ist so, dass es erst mal ein bisschen durchrüttelt, ich finde den Gedanken schön, wie du gesagt hast, mit dem Ankommen und da kann es jetzt passieren, wenn ich mir das vorstelle, man schaut so ein Interview oder man schaut so die Leute auf YouTube an, die über solche Themen reden, dass man denkt, man kann erst ankommen, wenn man dies und das hat oder erreicht hat oder so und so ist und da habe ich gestern Abend ein schönes Erlebnis gehabt, weil bei mir, ich bin jetzt noch relativ frisch, sage ich mal, jetzt hier als ich in der digitalen Welt, das ist ja erst ungefähr zweieinhalb Jahre her, dass ich damit angefangen habe, es war erst auch durch Corona dieses ganze Thema und da ist noch ziemlich viel Trubel, aber gestern hatte ich das Gefühl, da habe ich meine kleine Tochter ins Bett gewippt und da muss ich wirklich sagen, das war ein Moment des Ankommens, alles war durcheinander, zwei kleine Kinder, alles durcheinander und morgen zwei Interviews, ein Online-Kurs und so weiter und ich dachte, boah, wie mache ich das alles, weil die Kinder sind auch noch krank, erkältet, aber dann war einfach so, danke, danke, dass ihr da seid, für alles, obwohl es so durcheinander ist, das fand ich so schön, das so zu empfinden und da hatte ich wirklich, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal hatte, so vor Freude geweint, dass ich einfach dachte, boah, das ist wirklich so ein Moment, der, ich habe mir gar nicht voll gehabt, hier zu teilen, aber es ist jetzt so passiert, das ist einfach so dieses, ja, so Ankommen und diese Freude einfach mal rauslassen, was ich auch echt lernen könnte, mit Wein habe ich meine Probleme gehabt, immer noch, aber ja, ich finde einfach wunderbar, wie es möglich ist, die Zeit, die wir verbringen und auch für die Zuschauer, ich hoffe, ihr nehmt das genauso wahr, dass, dass da ein neues Feld aufgeht und so viel Kontakt zu so wunderbaren Menschen, der, der wühlt einen auf und der macht einfach was frei, das ist wichtig, wie du sagst, dieses Loslassen, dieses Loslassen, dieses Freilassen, weil man kann ja als Mann, wenn man als Mann weint und darüber redet auch noch, da muss man was loslassen, weil anders kannst du das ja gar nicht machen, weil die Gesellschaft das ja eher nicht so sieht, ja, also danke für deine wunderbaren Worte, die da auch, ja. Das Ankommen, Felix, hat, wie du dann auch merkst, so mit dem Außen gar nichts zu tun, dieser Moment kann sein, wenn du mit deinen Kindern bist, dieser Moment kann sein, wenn du ganz alleine irgendwo bist, es ist wirklich, es hat mit dem Außen nichts zu tun. Eine Verbindung zu Kindern ist natürlich eine deutlich wahrhaftigere als eine Verbindung zu einem Auto, wenn man sagt, ich wünsche mir dieses oder jenes im Außen und dennoch ist es immer noch etwas im Außen, eine Verbindung zu Kindern. Sie ist schön, sie ist wahrhaftig, aber nicht mal die bräuchte es, um anzukommen. Ankommen hat mit dem Außen nichts zu tun und das ist wichtig. Wir finden die Freude nicht dort und dort, die gibt es nur hier, die wahre Freude und im Loslassen wird sie natürlicherweise frei. Ich lasse ein bisschen Traurigkeit hier los, ich traue mich hier mal zu weinen, ich traue mich hier mal sauer zu sein, ich sage hier mal meine Wahrheit und nach und nach merke ich, wie das, was unterdrückt wurde, nämlich meine eigene Energie, weil da lagen die Schmerzen drauf, die ganzen alten Geschichten, noch von den Eltern, vom Kollektiv und was da nicht noch so alles ist und dann kommt meine Freude und dann trägt sie sich aus in einem Moment und irgendwann brauche ich gar keinen Moment mehr dafür, sie ist einfach da und wir erinnern uns daran, durch diese Verbindung, durch dieses Darüberreden öffnen sich ja die Räume. Dann gehen die die Wahrnehmungen auf und dann werden wir dadurch erinnert und deswegen ist es auch gut, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die wo sind, wo wir auch gerne sein möchten, weil wir uns erinnern und das muss nicht sein, dass jemand erfolgreich ist, sondern zum Beispiel jemand ist in der Ruhe. Dann bin ich mit diesen Menschen zusammen, schließe vielleicht mal die Augen, fühle mal rüber, wie fühlt sich dieser Mensch an, dieser Körper, der in Ruhe ist, ausgeglichen oder jemand, der in Freude ist und dann erinnere ich mich dadurch. Und ich zum Beispiel kann Menschen erinnern an erweitertes Bewusstsein. Das kann ich einigermaßen gut und so gibt es ganz viele Menschen, die ihre Qualität haben, die sie einbringen. Und man kann sich wirklich kostenlos neben jemanden setzen, der in Ruhe ist und mal rüberfühlen. Man erinnert sich ein bisschen dran. Dann gehst du nach Hause und denkst so, ach, wie würde der das jetzt machen? Ah, so ist das in Ruhe. Es ist wunderbar. Ja, ich finde das so schön, weil das macht für mich eine Tür auf, die zeigt, der Wandel kann jetzt geschehen. Weil es ist nicht, wie du sagst, es ist nicht am Außen gekoppelt. Es ist einfach jetzt in dem Moment und auch wenn man jetzt in einer tubigen Situation ist und man denkt, es ist alles durcheinander, dennoch können wir das irgendwie erreichen. Das ist, finde ich, ein Feld, das ist Magie irgendwie. Das ist etwas Höheres. Das ist, weil es die Ursache des Außen ist. Das Außen ist ja die Oberfläche und dahinter oder darunter oder vorher, je nachdem, wie man es sagen möchte, ist das Geistige. Aus dem Geistigen kommt es dann in die Materie. Das heißt, Materie ist immer erst Schritt zwei. Und wenn wir uns entwickeln wollen, dann tun wir das nur wirklich nur sehr bedingt über die Materie. Wir machen es in uns, im Geistigen, im emotionalen Raum. Wir brauchen kein Außen dafür. Es ist wirklich unwichtig. Manchmal scheint es so, als ob es uns dabei unterstützt. Scheint so, ist auch in Ordnung, aber wir bräuchten es in Wahrheit nicht. Und ich habe auch auf meinem Weg festgestellt, irgendwann habe ich gemerkt, Stefan, dieses Loslassen geht immer weiter, wenn es noch etwas gibt, was du in der Materie noch möchtest, mach es demnächst, weil es bald nicht mehr wichtig ist. Und das merke ich wirklich und das kann ich heute auch den Leuten raten, wenn dir irgendwas noch sehr wichtig ist und du kannst es tun, mach es jetzt. Weil in zwei Jahren ist es dir vielleicht nicht mehr wichtig, dann ist es auch okay. Es ist völlig egal, ob du es gemacht hast. Aber wenn es dir sehr wichtig ist, mach es gleich. Warte nicht darauf, weil später brauchst du es teilweise gar nicht mehr. Dann sitzt du da und atmest und denkst, wow, ich atme. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach diese Website funfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.